Wir starten mit der Philips Perfect Draft. Diese Bierzapfanlage bietet dir die Möglichkeit zu Hause ein frisch gezapftes, kühles Bier zu genießen. Die Fassgröße beträgt hier 6 Liter und ist somit mit vielen Marken kompatibel. Ein Display zeigt die Temperatur, die Füllstandsanzeige und die Frische des Fasses an. Das Bier hält sich bis zu 30 Tage in der Zapfanlage und wird auf eine Temperatur von 3 Grad Celsius heruntergekühlt. Der Zapfhahn lässt sich einfach bedienen und kann zum Reinigen kinderleicht abgenommen werden. Die Mehrwegfässer lassen sich einfach austauschen und mit jedem Fass wird ein neuer Schlauch mitgeliefert. Die Auffangschale lässt sich abnehmen und kann zum Reinigen in die Spülmaschine gegeben werden. Die Zapfanlage ist mit einer Kompressorpumpe ausgestattet und hat eine Zapfleistung von 2 Litern pro Minute. Zum Betrieb benötigt sie einen Stromanschluss in Form einer herkömmlichen Steckdose. CO2-Kartuschen sind nicht erforderlich.